iCrymax schuldet mir richtig viel Geld. Denn als ich heute Morgen in den Briefkasten geguckt habe, war dort ein sehr wichtiger Brief für mich. Von Paulberger Bank GmbH, hä? Schauen wir mal rein. Uncandy von Paulberger Bank Schulden? Sie schulden uns 5 Euro? Bitte zahlen Sie an Paulberger Bank GmbH. Sieht aber auf jeden Fall offiziell aus. Doch es war noch ein Brief im Briefkasten. Von iCrymax enthält Paulberger Limo, was? Uncandy von iCrymax Bestätigung. Ich, iCrymax, bestätige, dass ich Ken die 5 Euro schulde. Grund in Uno verloren? Warte mal, da war ja wirklich was. Scammer, Scammer, Scammer! Hör mit dem Geld, Max! Ja! Ey, ihr spielt doch zusammen. Ey, also ich werd kein Geld... Digga, ich werd kein Geld verdienen. Digga, nee, also ich bin raus mit euch, spiel ich nicht mehr. Das war's gewesen, Leute. Liken, abonnieren. Also, iCrymax, gib mir mein Geld endlich. Ansonsten lernt wir uns richtig kennen. Oder ihr lasst mir alle ein Abo da, dann erlasse ich ihm die Schulden. Also, Leute, bitte lasst mir ein Abo da. Oh!